Hält das jetzt noch? So, schaut! Was riecht denn du da, Sani? Äh, Susi! Oh, da riecht es gerade ganz, ganz wichtig. Na, nicht essen! Na, kommt! Steine essen macht, Steine essen ist doch... Oh, kommt! Komm! Sani, komm! Ja, Susi, da waren die Schafe, gell? Ja! Na, los! Ja, los! Na, super! Ja, mein Schatz! Ja, mein Schatz! Ja! So toll könnt ihr dich schon an der Leine, gell? Oh, da riecht es noch mal so lecker! Na, komm! Komm! Na, komm! Martha Pfahl, ich wickel dich ein! Susi, komm hier! Du hast rüber gestiegen! Nein! Ja, super! Oh, was ist da? Vogel? Der Paco da hinten wartet ganz brav. Der weiß, dass ihr Angst habt. Gell? Oh, da riecht es lecker! Ja, komm! Nein, das machen wir nicht, kommt! Ja, fein! Ja, toll! Oh, einmal Pipi machen, gerade dazu! Ja! So toll, wie ihr in drei Tagen schon ganz toll an der Leine laufen könnt, ne? Was ist da? Ja, fein! Ja, fein! Ja, auf jeden Tag! Vielen Dank.